Oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott! Ganz schnell! Wie viele Leben hast du noch? Bauen wir den Eingang! Bauen wir den Eingang! Bauen wir den Eingang! Jo Leute was geht? Klimm am Start! Wieder mit dabei ist der Early Boy! Oooooohh! Hallo! Und die Spinni und die Zombies! Und der Günther! Wir spielen! noch einen stone alter ein und wir spielen wieder crash landing und wir haben gleich einen stone furnace 1 da und ich hab drei perfekt so und jetzt können wir uns schon einen das hat gut funktioniert so so wir haben ein snap film ist und dabei ist jetzt mal die wärmer rein ja perfekt so das funktioniert schon mal du hättest holz da lassen können hier unten ist eigentlich eine echt gute monster fahren und die quest abgeben welche quest ich hab zwei rotten flash wiederue kommt die paste noch abgeben und zwar das ist es im and puisque hast du irgendwelche noch ob wir brauchen auch einen knochen das war dann wieder um ja deswegen dass die kreber helden nicht explodieren das sind die cold water bottles cold water 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 so die packe ich mir noch mal hier rein wie viel habe ich noch in meinem gedönsel hier da packe ich mal wieder eine neue rein ja und noch eine neue so und dann geht es weiter diese flaschen kommen hier rein das kommt da 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 rein dann was wir auf jeden fall aua das habe ich ja noch hier hinten erwischt was wir jetzt in jeden fall als nächstes brauchen ist iron jetzt muss ich ja zu blöcken verarbeiten habe zwei iron für eine schere weil damit lassen dass sich so unendlich viel dörter erstellen wir haben sogar drei eilen diesmal aber wir haben kaum noch holz so und so dann haben wir erst mal genug aber du bist schon rausgegangen so mutig verbrauch nicht wieder ich war gerade am telefonieren nein ich sterbe ich sterbe warum gehst du dann raus und fängst an zu telefonieren ganz schnell ich glaube ich glaube ich glaube ich bin ich bin die kann rein ja ich war angerufen und ich habe ja jetzt gehst du an weil meine oma hat mich schon zu keine ahnung wie viel zum magen gerufen das habe ich voll aufgeregt dass die ganze mein handy vibriert da musste ich rangehen natürlich musstest du dann rangehen mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, schnell komm rein, komm rein, komm rein so wie viel warum baust du hier zu ich habe schon unten zugebaut da kommt nichts mehr rein ich habe keine munition doch ich habe noch munition ich sehe gerade was wir nicht gemacht haben so hallo in der aufnahme sehr schön das brauche ich einmal die dinge habe ich hier zombie jerky und davon mache ich jetzt auch noch ein paar mehr das reicht mir völlig aus irgendwas besser als gar nichts so wobei ich kann die dinge super bauen mach mal wir müssen auf jeden fall cooking ne mach mal nicht wir brauchen erst cooking utensils dafür brauchen wir wieder holz wir müssen rausgehen Leute gib mir den Stab den Mini ich brauche halt was zu essen ist das Problem ich kann nicht großartig mitarbeiten wenn die Mini heilen kann hier gib mir mal den Klöppel den Klöppel da den Haustab da bin ich nur noch einer halben von den Haustab den Haustab den Haustab also ja ich komm noch mit 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 dem Dinger du kommst um den Rest weil ich pack hier noch alles rein so ich habe jetzt erstmal genug Crocs gemacht Flem ist bereit ab nach draußen in die Hölle let's go ich will uns vielleicht auch einigen was hier kaputt machen auf was greift mich denn hier warum du bist so schlecht einfach ne du bist so schlecht ne 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 welcome back oh mach rechtsklick auf dein Ding ja moment auf mein Ding ja oh fuck das war eine schlechte Idee einfach so raus zu gehen ja ja was machst du dein Acle ok wir sollten vielleicht beim nächsten mal eine etwas bessere Planung überlegen und schieß nicht das ganze fucking Magazin leer das war nötig das war nicht nötig der ist doch einfach wach ich hab das Magazin nicht leer geschossen das krieg ich jetzt auch wo ist unser ganzes Iron irgendwie ich hab ne Schere gemacht ja so da draußen ist dein Ding ins du brauchst da jetzt so wir haben beide kein Leben mehr der Babycreeper hier noch drin nein den hab ich getötet so wie lange dauert es den Grabstand abzubauen egal ich bau ihn jetzt erstmal ab sehr gut lass die Creeper einfach explodieren ey statt die kaputt zu schießen ja ich weiß ich sprinte aber das ist nötig weil ich schnell von Anna B kommen will nein aber sprinten da verlierst du viel zu viel Essen du bist voll uneffektiv ne ich bin ja komplett voll ich wollte schnell von Anna B wir haben ja keine Zeit hier natürlich haben wir Zeit nein wir haben keine Zeit pst early ey wirklich einmal mit Profis arbeiten Leute einmal mit Profis arbeiten fang die an wie mit Balui ja early ist unfähig komm wir gleich rüber ich weiß wo du wohnst Raute Neuland so rum so wir haben jetzt genug String erstmal warum pflanzt du überhaupt immer die Bäume mit String an ich hab den da hinten nicht gemacht nein aber so allgemein du hast ja beim letzten Mal auch voll viele Bäume mit String angepflanzt ja weil du Strings halt brauchst und irgendwann wird es halt mega teuer die neuen Bäume zu pflanzen weil wir halt kein Baumil haben deswegen ist es immer praktisch wenn du einen über hast weil du jetzt mal irgendwas brauchst nur bei dass der Jolo ist da zu viele Spinnen haben ich hab wir haben noch Zaplings was haben wir? Zaplings ja und pflanzt mal einen Baum hin hier hier hast du einen Baum hier? ja so ich hab auch noch gekochte Würmer hast du noch einen Zapling? ja wenn du das ne zampliert ja aber wobei ich bekomme auch trotzdem Zaplings raus ja cool wenn ich dann die Schere mache ja das ist cool bü 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 blopp hier ist der nächste Baum early ne 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 Du hast also jetzt mindestens ein Zappling im Eventar. Ich hab vier. Ich hatte eben keine. Dann gib mir die mal rüber. Dann pflanze ich bei dir schon mal für dich den nächsten Baum. Und dann kannst du da abhauen, während ich hier abhau. Dann kriegt er aber halt weniger Zapplings raus. Im Schnitt. Aber ich krieg's über Äffel. Aber wir haben halt dadurch erstmal unendlich Dinge. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Hallo. Guck mal, ist das praktisch, ey. Das ist voll die effektive Methode. Ja, bis die Schere im Arsch ist. Ja gut, aber dann haben wir auch erstmal genug Blätter. Jep. So. Das hier hätten wir dann auch fertig. So, und dann können wir hier mal wieder mit Croke arbeiten. Und dann muss... Oh. Clem. Einen Baum brauchst du noch? Das hast du denn. Oh, der Server leckt bei mir. Das hast du gerade Disconnect gehabt. Clem. 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 Oh. Ist sowas wie heute. Ich konnte auch... Ah, haha, End of Stream natürlich. Geh mal wieder drauf. Hallo, Klim. Hallo. Was passiert, wenn ich nach euch geh? Hallo, Klim. Ja, Unity Media, meine lieben Freunde. Ich hab grad schon was zu gesagt. Was deine Zuschauer leider nicht gehört haben. Gleich wie immer. Hörst du mich jetzt? Ja, okay. Hallo. Hallo. Klim ist wieder wieder nacht. Das ist blöd. Dann komm doch rein. Hallo. Freunde. Wir brauchen Dirt. Mach mal mehr so Barrels. Nicht, wir das ganze Holz jetzt nicht verballern. Ja, ich mach trotzdem mal ein paar Barrels mehr. Yo, so viele nur auch wieder. So, das reicht. Du hast jetzt auch noch welche gemacht. Ja, wir haben jetzt ein paar mehr Barrels. Das ist praktisch. Ähm, was brauchen wir hier noch, um klar zu kommen? Eigentlich nicht viel, ne? Ich mach das hier auch mal so ein bisschen weg. So ein bisschen, sagt er. Zip, 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 zip. Halt's hier hin. Und dann... Wir haben doch hier noch Dirt. Ja, mach doch aus mal Stein. Wir brauchen Stein für die nächste Quest. Warum pflanzt du denn auf dem Dirt Bäume? Bist du behindert? Die Frage ist, wo machen wir das Ding? Machen wir das hier außen um zu? Bloß die ganzen... Das sind die ganzen Liebs. Sag mal was. Was denn? Den Graben. Soll ich ihn hier um zu machen? Weil ich will nicht hier auch nach hinten um zu gehen müssen. Ja, dann machen wir mal nach vorne zu. Aber sei vorsichtig, das ist übelst gefährlich da. Ja, passt aber. Da machen wir auch voll. Da machen wir auch voll. Ich brauche eine Schaufel dafür. Erde, Erde, Erde. Schaufel gibt's leider nicht. Ich hoffe, wir können uns später irgendwie Schaufeln herstellen. Ja, ich denke mal, wir kriegen das Construct. Und zwar werden wir unser komplettes Gebiet einen drei breiten Graben bauen und dann da Slaps einfach hier an die Seite setzen. Das heißt, Spinnen fallen in den Graben, komm mal nicht mehr raus. Was für ein Ding? Gut. Holz. Weiß ich nicht. Ich glaube, hier passiert... Was ist denn das hier eigentlich hier vorne? Wo das Feuer ist? Äh, wahrscheinlich unser Reaktor vom Raumschiff. Ja, nicht da hingehen, habe ich doch dreimal gesagt. Aber das Ding ist ziemlich groß. 18 Steine haben wir jetzt. So, daraus müssen wir wieder das hier machen. Was ist das denn? Moment, da sprinten wir mal ganz kurz hin. Ich weiß, ich sollte nicht sprinten, aber das ist... Da ist ein Graben. Ich weiß, ich sollte nicht sprinten, aber... Hm. Oh nein, das ist ja dunkel! Nein, das ist dunkel! Ja, dann geh doch nicht raus, du Held! Bin am Arsch der Welt. Ich hoffe, du hast was zu essen. Ich brauche nämlich gleich was. Ich habe nichts zu essen. Hör doch auf zu sprinten. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich sprinte nicht, aber ich bin gerade am Arsch der Welt. Ich wollte wissen, was da hinten ist. Da ist irgendwie so ein Graben oder sowas. Jo, den Olli nicht. Der rennt einfach da hin. Ich höre mich nicht, ne. Du bist ja jetzt schon wieder da. Dann kommen wir auch mal rein. Wir können noch Betten machen. Ja, dann machen wir schnell Betten. So. Wir haben noch zwölf Steine. Boah, wir haben so viel Cobblestone jetzt gerade, ne? Tim, was hast du hier schon wieder gemacht, ey? Wo habe ich was gemacht? Nicht, ey! Och, Junge! Warte, ich muss gerade Bett machen. Blöde Craften-Mensch. Vier. Bitte, wir haben noch mehr Springs. Ich habe noch 42. Ja, der Herrmann. Schnell, 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 schnell! Ich habe die obere Trüe, 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 obere Trüe. Dann kann ich hier auch in Ruhe craften, um, dass der lieber Earlyboy mir dann dazwischen funkt. Wir brauchen nämlich einmal das hier. Dann brauchen wir noch einen... Ich lieg schon. Oh, perfekt. GG. So, ich geh dann direkt raus. Die Motze sind noch nicht gespawned. Doch, sind welche gespawned. Ich nähte jetzt die um, die draußen sind. Ja, ein paar sind gespawned, stimmt. Ich baue die Betten nicht wieder ab, sondern ich mach hier erstmal... Oh, fuck, ich müsste... Ja, na toll, ich kann mich natürlich nicht wieder aufbauen. Äh, egal. Was brauchen wir noch? Wir brauchen... Das Ding, wir brauchen auf jeden Fall diese Rührschüssel. Die mach ich auch mal schnell. Hier packe ich mal ein paar Crocs rein. Komm her hier, komm! Mache ich hier mal diese Rührschüssel, die wir noch brauchen. Für die andere Quest, ihr wisst Bescheid. So. Dann brauchen wir noch ein Cuttingboard. Ich erinnere mich aber nicht mehr, wie das ging, deswegen... Okay. Guck mal, leider, dass ich euch gestört hab. So stark, oder was? Das sind halt diese Riesenskelette. Okay, tschüss. Eifel mal weggehen. So, so und so. Dann haben wir das und jetzt fehlt nur noch ein Ding. Was brauchen wir denn noch? Was ist das denn überhaupt? Materials and You. Das ist doch von... Upsala. Von Tinkans Construct, oder? Da ist noch eine Riesenspinne, also pass auf. Das brauchen wir... Die Creeper, wobei der Creeper könnte ein Ding jetzt trocken. Das, das, das. Das will ich jetzt machen. Das Ding fehlt noch. Dafür brauchen wir, glaube ich, drei Stone, oder? Äh, falsche Taste. Na, was willst du, meine? Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Ja, ich... Moment. Helfen wir mal bei der Spinne. Eili braucht noch zehn Minuten. Oh, warte, ich sterbe, ich sterbe. Nein! Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Eili hat ja zum Glück noch ein Leben gehabt. Und, äh... Wir sind sehr risikofreudig dieses Jahr. Dieses Jahr, dieses Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.